Also, Virgil fährt nicht weiter. Ihr schafft das schon von hier zur Brücke. Danke, Virgil. Und pass gut auf dich auf, hörst du? Gut, viel Glück. Ich seh mal, ob ich noch wem helfen kann. Na schön, Leute. Auf zu der Brücke. Und damit Hallöchen zu unserem Komplett-Play-Together. Läuft von der Zwei und der Spiel mit Up-Together. Hallo. Der Daniel-LP ist auch wieder dabei. Oh, was war das gerade? Was ist das? Krieg? Und der Flau-LP. Und mir, dem Tiger-LP. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Und... Kiwi ist... Ich weiß nicht. Was ist mit Kiwi? Daniel, erzähl uns mal. Ja, Mann, geh mir raus. Ja, ich weiß auch nicht. Der konnte nicht oder wollte nicht. Er sagte, wir sollten es verschieben, aber ich sagte, das ist ja... Wäre ja Blödsinn, weil wenn... Solange die, die aufnehmen können, findet es auch statt. Boah, die ist weggeflogen. Ich sag mir, das ist echt heftig. Gucken, Alp. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab eigentlich so gesehen, die Spiele schon durchgespielt einmal, aber den letzten Abschnitt nie. Uiuiui, dann machst du's so. Dann wird's ja mal Zeit, ne? Boah, ist denn die Gitarre irgendwie, ja? Oh Gott, 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 oh Gott. Smoker tot. Oh, Zombies. Oh, Zombies. Oh, 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 da kommen ja richtig viele. Oh, 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 edel, edel, edel. Na komm, ich bock dich. Hinter uns. Was? Hinter uns? Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ich hab meine Gitarre, ich schlag euch alle zusammen. Mach ich auch immer zu Hause, dass lange, weil wenn mein Bruder mich nervt, einfach mal die Gitarre auf mich rauskommt. Oh, das ist ein Bulle, oder was? Ja, den hab ich erstmal in den Rücken weggeschossen. Guck mal, jetzt ist die Wirbelsäule, ich hab voll wieder so... Habt ihr auch das Uncut-Pad? Ja, auf jeden Fall. Ja, normal. Sieht sau geil aus. Ich hab letztlich mit meinem Kollegen, der so extrem drauf ist, hab ich letztlich auch Left 4 Dead 2 weiter aufgenommen. Aber da konntest du mit der Shotgun denen nix wegfetzen vom Körper oder so. Liegt das daran, weil er die Lobby aufgemacht hat und das nicht hat? Oh, wenn er das nicht aktiviert hat, dann geht's nicht. Genau. Bevor du das Spiel startest, musst du das ja aktivieren. Ja, ja, das weiß ich. Ich hatte das aktiviert. Wow, der Kopf, Alter. Das hab ich ja auch aktiviert, aber bei mir lagen die zwar auf dem Boden, die Leichen, noch weiter. Aber man sah halt keine Abfetzungen groß oder so. Höchstens bei einem Boomer, aber mehr auch nicht. Oh, yeah. Florida, ja? Ja, Music. Das liegt wahrscheinlich echt einfach nur daran, dass er... Ja, das ist die Strafe. Wo bist du? Ich bin da in dem Raum. Oh, da drin? Ich glaube, das ist auch ein... Also, das liegt daran, glaube ich, einfach, weil der... Oh, hier liegt eine Bratpfanne. Soll ich Bratpfanne oder lieber eine Piste? Direkt ins Gesicht, ich weiß nicht. Ich bin so Bratpfanne. Ne, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert, weil mein Kumpel einfach das nicht auch hat. Er hat ja die Lobby geöffnet und ich glaube, wenn der das nicht hat, dann geht das auch nicht. Ne, ne. So, dann geht's auf jeden Fall. Gehst du hier hinten weiter? Gerade. Aber der hört sich das jetzt auch schon. Du hast nicht zufällig noch den Link davon, ne? Äh, ich nicht, aber hast du den noch, Daniel? Oder Flo? Ich hab's, ne, ich hab's Flo ja gerade geschickt. Er hat's mir ja geschickt gerade. Funktioniert's denn? Ja. Ja, ne? Oh, ja. Gut, äh, könntest du mir dann gleich den mal schicken, dann kann ich den meinem Kollegen schicken, dann soll der sich das auch mal holen. Können wir mal machen, während wir einen Schnitt machen. Genau. Oh, der Flo ist schon. Oh, der Hunter, 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 hilf mir. Wie schafft der das denn nochmal? Wow, fuck, jetzt liegt er auf mir. Bist du wieder, äh, hier hinten reingegangen? Der ist, der ist hier rüber gesprungen. Ja, Sekunde. Wo ist er, wo ist er? Ich seh den nicht. Da. Ah, nein. Hilfe, ich hab'n Jockey auf mir. Alter. Jockey. Ah, okay, ich komm mal, ich komm mal. Yeah. Oh, hinter euch. Der liegt da dran wie... Bam. Oh, lol, wie die weggeflogen ist. Sauedel. Der liegt da wie ein Obdachloser, der Jockey. Oh. Mit geöffneten Händen als ob der... Oh, da oben auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's Zombie-Geschnätze im Sonderpreis. Na, wer, wer hat Bock auf ein Fund gehacktes? Ja, hier, da auf dem Pfeilader. Ja, nur heute, best quality. Ja. hier ist wieder eine Bratpfanne, ah guck hier Fall Apfel, hier können wir das schon braten können wir uns lecker Frikadellen raus machen lecker Frikadellchen Schätzlein ja Splitter Splitter Flo musst du immer auf die Nase fallen ich hab ein Flauter mit der Gitarre angenommen ja, hab ich gesehen was den Junge ich wäre rausgezogen, schwein das Boah, sind das viele Alter, immer auf dem Floor ich bin noch nie so oft gestorben und zwar so schnell ja, heute ist es echt übel bei dir ich bring dich doch mal an ah, das ist so richtig in die Gedärme wenn man in den Boomer reinguckt saugeil ne, vor allem wenn du dann dagegen haust, dann schwabbelt der Hintern hin und her, musst du mal drauf achten hey, pass doch die Autos auf take your ass ah, das sind wieder hier Alarmanlagen äh, Falapfel, ja, du weißt, ne ach so, weil du mich haltst vorsicht, vorsicht nicht aufs Auto springen aber der Zombie kann, oder was? ja, der Zombie kann, aber wir nicht, nicht gegen schießen und auch nicht drauf springen Falapfel weiß ja in der ersten Folge, wie es ist, wenn man drauf springt das war so saugeil, ey ich musste so lachen, das war das erste Video, was ich von dir gesehen hab boah, genial okay, okay, okay oh das war schön irgendwie hier oben, glaub ich Moka boah, das hat ja auch manchmal Nachteile, so ein 7-3-Ding, ne, von Sennheiser irgendwie Oh, hier ist schon der Sieger drauf oh, sehr geil boah, der hat mich, der hat mich Ich seh's ... ich seh's ... Nein, kommt in den, äh, kommt in den Safen Room oh, Hunter hat mich wow, fuck, Alter oh Gott, oh Gott komm, komm, rein, rein, rein rein, 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 rein jawoll, wow boah das war aber knapp ey, richtig was Action noch am Ende woah, ja und, und, Daniel chillt seine Basis, so wie Falapfel bei Ossi, weiss noch Das war saugeil, voll ab für Chills, so voll im Saferoom und wir alle am verrecken Ich musste unbedingt auf den Pott bei der ersten Folge Hat er uns eigentlich schon hochgeladen, ja ne? Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken Auf jeden Fall waren sie saugeil Vor allen Dingen zum Schluss, wo ich so am Tanz war, am absparsten war irgendwie Wo ich da auf den Kisten lag Du aber auch ey Da müssen wir auch noch mal weitermachen Ja, das stimmt Bin ich auch dabei, ey Ich bin überall irgendwie Wer ist inaktiv? Flo Was mehr hast du wieder? Hast du wieder die Filmchen, bist du wieder die Filmchen am runterladen? Wo ist denn der Flo? Nein, noch nicht Noch nicht, kommt später, ne? Ja, klar Nach der Aufnahme Äh, müssen wir hoch Hallo Ich hab alles mitgenommen, was man nehmen konnte Hier ist noch ein Ich bin kaum verletzt Ich bin kaum verletzt Weil hier liegt ja noch mal ein extra Ja, ich bin halt kaum verletzt Von daher kannst du dich nicht Ja, das ist auch kaum verletzt Aber die verschlägt sie mit der Gitarre Der loschließ Dann machen wir ihn Oh, okay Au, sieh mit der Gitarre kaputt Der hält voll wie aus So geil So geil Wow, 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 wow Ja, die haben ja auch so eine extra Panzer Ja Diese SWAT Team ist da drin Ja Genau Boah, voll weggefetzt den Kopf Ey, wenn wir nicht direkt vor die Flinte flue Ja, sonst äh Ja, aber nicht unbedingt gerade für Oh, mir die Kids Mir die Kids Mir die Kids Ach, jetzt sind wir hier auf der Hand Ich hör irgendwas Hunter Musik Ich bin ein Teil Einer Oh, oh, oh 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 Ah, Tank Musik Genau, das war's Föhnen die Koste auf die Oh, 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 oh Versteck mich hier Da auf dem Auto liegen noch mal Verbände, ne? Ja, die Medikids sind da Ich hab noch Pildchen für alle Fälle, die reichen auch erstmal Saugeil, ey Hier sind doch mal Medikids Wieso das? Wieso das? Da oben, da oben, da oben Ist das Glitter Musik? Ich dachte immer, dass wir... Ah ne, Witch ist nur am rumschreien, ne? Am rumheulen Am rumheulen Nur weil sie keine Freunde hat, soll sie die Fresse halten Hier ist... Oh, Bumme Oh, noch einmal Yay Das wird wieder schön Ich hör'n, äh, Hunter Oh ja, hier grunzt irgendwo Wow, direkt vor mir Haha, fuck Ich geh um die Ecke und der steht schon Hallo So stand er da Oh ja Das hat er so gemacht Na du Oh ja, das ist... Die sind aber zu... Du genagelt Boah 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 Ein spritzig freudiges Abenteuer sag ich mir Oh ja, der Daumen von dem einen hat die auf dem Ding verteilt, ja Oh Ist so... Auf der ganzen Map, ey Das ist saugeil Ja und das... Das war eben nicht der Fall, als ich mit meinen Kollegen gezockt habe Habe ich gesehen Boah Ja, aber als ich mit meinem Kumpel gezockt habe, da sind die nicht so weggefetzt als Verrohrbombe Die sind einfach nur auf irgendeine Luft geflogen, meine ich Oh, dann war der nicht aktiv Guck mal hier Wenn man dagegen haut Wie der da hängt Der ist im Boden verkloppt Schieß mal gegen den Fuß, dann schwappelt der hin und her Ja Aber ey, Leute Fettack-Dance Oh, Smoker Lade nach Da hinten, da hinten läuft Smoker, Smoker Oh Oh, Scheiße, ich muss die nachladen, Hilfe Da Bam, da war er Oh, ne Oh, ne Genau Spart halt Muni, ne Deshalb ist Nahkampf an sich nicht schlecht Wow, Jockey, 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 Jockey Oh, oh Typ, nein Jetzt hat er mich doch noch gekriegt Ja, auch ihn doch nicht mit, da geht den Schieß da drauf Oh, Scheiße Ach, und ja, ich komm Tink Ne, das waren Dings, wie heißen die? Charger Charger Ja, jedenfalls so ein Rambo Mit dem Krüppelarm So ein Rambo So ein Rambo Ja, verbinde ich mal Rambo Boah, ich brauch mal wieder die besseren Waffen Du blutest überall Putty ist behindert Oh, das tut gut Ach Okay, ist zwar geil vom Spritzeffekt hier, aber Oh, pp Was ich schade finde, das macht den Tank Oh, ja Oh, ja Das ist echt doof, ne Da hat man schon ankert Wow, da kommt er, da kommt er Und da kommt er auf den Tank Da kommt er auf den Tank Und da kommt er auf den Tank Und da kommt er auf den Tank Der hat gerade von mir weggeschlagen Oh, ja, ich springe hoch dich Der hat gerade, der hat gerade Baseball mit mir gespielt Eine Machete ist das Ja, wollen, komm her Ja, so, ich schlag Boah, alter, guck mal wie die aussieht Leider kann man die nicht nochmal zerschneiden, das wäre cooler. Ich dachte, ich lag, das ist lustig. Du auch. Ich werde die Zunge rausstrecken, der Char-Char. Guck mal. Ach, hier oben sind wir. Guck mal, Falli. Guck mal. Ich werde die Zunge raus, wenn du dem ans Gesicht guckst. Guck mal. Dimmend. Das ist ne Machete, die ist richtig nice. So, wo geht's hin? Wo geht's hin? Oh, ich könnte Muni gebrochen. Ist hier Muni irgendwie? Ich behalte meine Gitarre, die ist echt heftig, muss ich voll sagen. Ich hab nur Schottie. Was? Die Schottie hat... Dann nehm ich halt nen Sniper. Boah, die Sniper haben ja One-Shots, glaub ich. Äh, ja, ja. Super! Warten! Oh, die hat auch bloß... Die hat auch bloß noch. Vergriffen. Leute, lass mal weitergehen. Äh, ja, ein Hunter. Aber der Hunter ist nicht One-Shot veranlagt. Achtung, da kommt ein Splitter. Da kommt ein Splitter. Ich schieß ihn weg. Und... Achtung! Bam! Boomer tot! Warte! Achtung! Achtung! Ähm... Oh, Bombe! Oh, Bombe! Ja, ja. Ich renne hin! Ich renne hin! Boom! Jetzt! Wuuu! Ich krieg ihn mitm Kopf! Ich krieg ihn mitm Kopf! Bam! Ich hab geköpft. Guck mal! Der Boomer! Hier ist ein Splitter! Guck mal hier! Ich geh mal! Warte! Wie kann ich mich ducken hier? Verdamm! Keine Energie! Du west keine S CH- Würfe! Ja, ne, ich zock grad mitm Playstation 3 Controller. Oh, eh, 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 eh! Leakabomb, leakabomb! Geht nicht! Egal! Ist egal, ist egal! Wow, warum hab ich nur noch so wenig Leben? Weil ihr mich immer so abschmissen habt! Sorry, warte, ey, komm ja jetzt. Das ist ein, ähm, Ding. Boah, voll, oh. Was war das? Hoch, was war ich denn? Was war ich denn nicht doof? Was war ich denn? Ey, Leute, ich wollte gerade auf, ähm, Dings, auf, äh, Ich wollte verlappeln. Hier, verlappeln, ich wollte gerade auf, ähm, Sniper wechseln und drück auf Schießen schon und dann hat der den Molotov aber noch in der Hand gehabt. Wo zum Teufel ist die Sida? Gute Frage. Ihnen würde ich gerne den Arsch versohlen. Ja, stimmt, da fehlt die ganze Seite. Da, wo läuft es sich schon wieder raus? Hier, Midi-Pix. Hier aber, Midi-Pix. Also eins ist hier noch. Midi-Schweine. Heilschweine. Heilige Schweine. Ja, okay, hab ich eins. Hä, wo denn? Ja, war bloß eins noch da. Ey, ich schlag dich kaputt. Na, komm ich mit meiner Gitarre, ja, komm mal her. Mit meiner Machete, mal gucken, wer schneller durch ist. Ja, Gitarre ist da halt. Boah, der ist ja einmal in der Mitte durch. Ja, der macht auch One-Shot. Äh, ja, man hält halt. Was? Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Marge, Kopf ab. Ja, guck. Pass hier bei mir auf, warte. Das sah saugeil aus. Man hört nur, dong, und der Zombie legt sich langsam aber sicher hin. Oh, Schotty edel. Die, die ist richtig nice hier bei dem Ankert-Patch, die Schotty. Guck dir den an, hier. Klack, klack. Weil er gewettgesparnert hat. Ja, ich nehm auch mal die Schotty mit. Bang, jetzt wird gesniped. Hier in Restrooms, da sind wir schon Sachen. Ich suchte Spaß von, ähm... Umakotze, Molly, Umakotze. Ah, ne, ich brauch Umakotze. Ja, dann gib mir den Molly. Ja, hab ich genommen. Ja, ich glaub das war ein. Hab ich auch nicht. Er schaut die Schotty. Äh, ich liess auch so. Boah. Boah, voll die Beleidigung, ey. Habt ihr das auch gehört? Ja, natürlich. Muss du rauspiepsen. Scheiße. Ich muss mich verarsten. Boah, der Arm. Wie der einfach mal da wiegt. Von der Ollen. Äh, wie sind wir zurück? Was? Ja, wir müssen hier. Guck mal, da rechts. Pildchen. Nein! Woher tut's? Ah, den hab ich voll den Arf weggeworfen. Kommt ihr, ich hab ne Marrete. Ich hau euch kaputt, Junge. Boah, Alter, ist der aufgeschlitzt. Boah, Alter, der ist richtig den Bauch aufgeschlitzt. Jetzt. Bam! Boah, ey, mein Kumpel muss sich unbedingt Ankerpatch holen. Das ist so edel, wenn man das zu zweit hat und man sieht alle Splitter. Bam. Splitter down. Da oben, Smoker. Nein, 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 lass mich los. Du mit deinem langen Arm, ey. Guckt euch den an. Wie der rollt. Keep on rolling. Warte. I keep rolling, I'm a dolphin. Hier kennst du dich. Rowling, rowling, rowling. Wo müssen wir denn jetzt, äh, willst du jetzt weiter hier? Ich glaub, warte mal, ich glaub wir müssen da, wo die Medi-Kids waren, hin. Nichts? Ah, der war mal hier doch. Ja, sag ich doch. Und war ich da schon nicht. Du warst gar nicht gesagt. Ich war da schon richtig da, durch die Tür hier, ne? Aber da geht's auch durch beim... Ah. Was denn hier? Hier, verliebt. Ich hab grad da auch machen. Auf geht's. I keep rolling, like a dolphin. Ah, hier sind wir. Bam, bam, bam. Wie ich dir einfach nur wegfacke, alle. Sau edel. Boah, lass mich in Ruhe. Ja, ich schneid dich einfach durch. Ich geh schneller. Ich weiß nicht, wo du dich hör auf, dich zu bewegen. Oh, was war das? Oh, fuck. Charger. Charger. Ah, ich war das. Das war edel, hast du das gesehen? Was hast du gemacht? Ey, der Charger kommt angerannt, rennt an mir vorbei. In dem Moment schlage ich mit der Machete zu und der kippt einfach tot um. Voll krass, lieber Bro. Richtig geil. Der Nahkampf sagt, die sind einfach nur edel. Vor allen Dingen so, so was. Gitarren. Gitarren sind geil. Hältchen. Oh ja, ich jag gern was in die Luft. Flo, bist du da? Brennen uns alle gleich ab hier. Ich hätte auch, ich hab auch selber noch mehr die Geld. Ja, ach so. Komm, wir gehen müssen dann. Müssen wir gehen weiter, ne? Ist das jetzt die letzte Kampagne? Ja. Okay. Warte, 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 warte. Ich will die ein bisschen brennen lassen. Damit das Hackfleisch auch gut durch ist gleich. Boah, die brennen ja richtig gut hier. Ohne Anker. Halten Sie was? Ja, ohne Anker. Ja, das stimmt. Das hab ich jetzt auch erfahren. Achtung, da kommt ein Jockey. Halten Sie die Tür vom An... Was? Schließen Sie die Tür? Vom Anhänger. Rein hier. Rein hier. Rein hier. Kommst du, Fallabvieh. Adrenalinschuss hier. Die boxen sich grad los. Ja, wegen der Boomer-Kotze, komm. Warte, stopp. Werf noch Molly. Vorsicht, Molly. Oh, Scheiße. Der war viel zu weit, wie ich dir versage. Oh, was dinkt ihr hier? Adrenalinschuss hier. Adrenalinschuss hier. Oh. 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 Du bist ja zusammenbleiben, oder? Päldchen. Ja, sicher doch zusammenbleiben. Hier ist ne Adrenalinspritze. Äh, warte, wer muss gehalten werden. Gehalten. Los geht's. Ah, nee. Los geht's. Ich mach gleich mal Boomer-Kotze. Ah, halt zurück. Wir wissen schnitt mal. Was, tolle war das? Wir wissen... Was, aber wir haben grad die Tür auch noch. Ach so, schnell. Dann macht die Tür wieder zu. Geht nicht zu. Wir müssen weiter. Warte mal. Hier auch. Hast du einen Timer eingestellt? Ja. Komm, alle von hinten sind. Renn, 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 renn. Komm, Daniel. Renn einfach. Boomer, renn. Einfach renn. Mach schnell Cut und mach direkt wieder neu. Oh. Hast keine Zeit. Ich renne erst mal. Hättest du schneller... Früher hast du gesagt, hätte ich die Tür nicht aufgemacht. Ja, da hat's ja noch nicht geklingelt. Fuck, ich häng hier fest. Ich hab jetzt einfach mal Boomer-Kotze. Oh. Boah, ich bin ja... Boah, Alter. Lasst mich in Ruhe, ihr Scheiß-Zombies. So, schnell, schnell. Danke, Falafel. Einfach weiter, einfach weiter. Oh, den hab ich schon wieder kaputt verloren. Boah. Was müssen wir da machen? Boah, ich bin auch schnell... Nein, nein, nein. Boah, ich lieg gleich. Ich nimm schnell Adrenalin, damit ich noch rennen kann. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr groß rennen. Ich hab nur noch 52 HP. Laden ab. Rett, rett, rett. Ich halt nicht. Ich hab nicht ganz stark gelebt. Alarm ist raus. Hier ist ein Schlafstock. Fuck, ich hab kein Leben mehr. Hat einer irgendwas für mir zu geben? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen den Alarm deaktivieren. Hab ich schon. Ich hatte den Alarm deaktiviert. Okay, jetzt müssen wir, glaub ich, ich gucke nicht mehr rechtlich. Ja, die kommen hier noch. Geh ich hier. Geh nach oben. Dann nehmen wir die, die kommen. Die kommen schon hoch. Die kommen schon von alleine. Halt runter. Ich will euch hier nicht. Boah, wie der einfach mal den Arm back hat, wenn trotzdem noch hochgeklettert ist. Tschüss. Boah, ist das? Ja. Dann können wir ja jetzt einen Schnitt machen. Boah, geil. Genau. Ja, Leute, dann sagen wir mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.